Ja, wo bleiben denn weitere Videos? Fragen sich vielleicht welche von euch. Ja, es gibt leider eine ganz einfache Erklärung dafür. Und zwar, keiner hofft, dass es passiert, aber bei mir ist der PC leider kaputt gegangen. Und zwar, das hat sich über mehrere Wochen hingezogen. Dann war hier was, defekt vom Update, jetzt ist irgendwie die ganze Platte defekt. Und ja, deswegen kommen aktuell keine Videos. Ich bin gleich hier bei Turtly und nehme diese Audiospür auf, damit ich irgendwie was machen kann, weil nicht mal das funktioniert bei mir wirklich. Und ja, das wollte ich euch nur mal kurz mitteilen. Ein recht kurzes Video wird das, aber egal. Ja, wenn das dann wieder alles in Ordnung ist, also in ein paar Wochen werde ich wahrscheinlich einen neuen PC dann haben, dann geht es auch wieder mal weiter. Bis dahin kann es auch sein, dass ein paar ältere Videos kommen, Capture the Flag oder so, also ältere Videos, die schon da sind, sagen wir es mal. Und ja, nur das als kleine Info, damit ihr nicht unwissend wartet. Und von daher wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!